Hey und willkommen zu meinem Sharpness. Heute bin ich natürlich zuerst aufgestanden und danach habe ich beim Frühstück Katalanschmuckabeln genannt, weil wir heute einen Test geschrieben haben. Danach habe ich meinen Kalender geöffnet und im ersten Türchen war heute eine Handmaske drin. Dann habe ich direkt mein Essen eingepackt und es ging auch schon los zur Schule. Der Katalanschmuckabeln war eigentlich ganz okay und um 16 Uhr ging es dann auch schon wieder nach Hause. Da habe ich dann erstmal gemütlich gechillt und auf TikTok gedaddelt. Jetzt haben meine Mama und ich versucht eine Lichterkette aufzuhängen. Wir haben es dann irgendwann geschafft. So sah es aus und danach gab es noch ein bisschen Apfelkuchen und da musste ich mich auch schon umziehen und es ging los zum Turnen. Hier seht ihr noch ein paar Clips. Um halb neun war es schon dunkel und es ging nach Hause. Dann haben wir schnell was zu Abend gegessen und ich bin duschen gegangen und habe mich dann noch umgezogen und noch eine Folge Gossip Girl geschaut. Dabei habe ich meine Handmaske aus dem Kalender gemacht. Gute Nacht! Gute Nacht!